Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um unsere Top 3 Inlineskates. Wir stellen euch drei Modelle unterschiedlicher Preisklassen mit ihren Eigenschaften vor. Weitere Details zu den Produkten findet ihr dann wie gewohnt in der Videobeschreibung, schaut dort gerne einfach mal rein. Starten wir nun aber mit dem Video und dem ersten Modell. Das Modell der ersten Preisklasse sind die 2PM Sports. Diese kommen in verstellbaren Größen, S von 29 bis 32 für Junior Kids, M von 33 bis 36 für Jugendliche, L für 37 bis 40 für Erwachsene und die Inlineskates sind einfach zu justieren. Sie sind der perfekte Begleiter für wachsene Kinder, aber auch für jahrelangen Spaß für Erwachsene. Sie kommen mit einem strapazierfähigen Gestell und modischem Design. Die Aluminiumhalterung bietet mehr Sicherheit und ausgewogene Unterstützung, die man ein entspanntes und ruhiges und selbstsicheres Fahren auf den verstärkten Aluminiumran ermöglicht. Sie kommen mit einem Dreifach-Schutzsystem. Die Standardspitze, das Klettband und die hochfeste Schnalle könnt ihr sicher und bequem halten, was perfekt für Anfänger ist. Ein einfaches System, um schnell und gut in die Skates hinein und hinaus zu kommen, man kann es sogar alleine machen. Acht Räder, mehrere Farben, blinkendes Design, keine Batterie notwendig. Alle acht Räder sind leuchtend beim Skaten. Auch die Produktverpackung ist als weiteres Highlight zu nennen, denn sie ist brillant und perfekt als Kindergeschenk geeignet, was für jede Überraschung sorgt. Der Hersteller bietet außerdem einen umfangreichen Service, bestellt mit Vertrauen aufgrund der 100% engagierten Kunden- und Produkterfahrung. Jede Frage und jedes Problem wird gut und schnell beantwortet und gelöst. Weitere Inlineskates und Rollerskates findet ihr auf den entsprechenden Produktseiten für Damen und Herren, einschließlich ähnlicher Skates mit blinkenden Rädern für euch. Dieses Produktportfolio und weitere Details zu dem Produkt findet ihr im ersten Link der Videobeschreibung. Das Modell der zweiten Preisklasse sind die Movino Inline. Hierbei handelt es sich um Fitness-Inlineskates für Erwachsene. Der Movino Cruiser B4 ist ein nicht verstellbarer Rollschuh für Erwachsene. Die Konstruktion der Inlineskates mit fester Größe ist stärker und stabiler als die der verstellbaren Modelle. Der Cruiser B4 ist für eine Belastung von bis zu 100 Kilo geeignet. Die Movino Cruiser B4 Inlineskates wurden für Menschen mit schmalen Füßen entwickelt. Nur ein richtig angepasster Schuh bietet ausreichend Stabilität und Kontrolle über die Rollen. Das Fahren mit einem Schuh, der den Fuß gut hält, verringert das Verletzungsrisiko. Dank des Schnellstürensystems seid ihr sofort fahrbereit. Ein einziger Zug und der Schuh ist perfekt geschnürt. Eine spezielle Tasche an der Zunge ermöglicht es, am Ende der Schnürsenkel zu verstauen, womit ihr beim Fahren nicht stört. Die Movino Cruiser B4 Rollschuhe haben eine perfekt robuste Kufe aus hochwertigem Aluminium. Die See absorbiert Stöße und dämpft perfekt Vibrationen. Die Schiene des Cruiser B4 wurde so konstruiert, dass es leichter ist, das Gleichgewicht zu halten, indem der Schwerpunkt abgesenkt wirkt, was die Stabilität und das Erlernen des Skatens erleichtert. Seid immer sichtbar auf der Straße, die Movino Cruiser B4 Rollschuhe haben zwei reflektierende Elemente, die eure Sicherheit während der Fahrt erhöhen. Die grauen Rückstrahler, die sich hinten am Schuh und vorne am Rahmen befinden, sind tagsüber unauffällig und schmücken die Skates aus. Nach der Dämmerung erfüllen sie ihre Funktion perfekt. Alle weiteren Informationen findet ihr im zweiten Link der Videobeschreibung. Das Modell der dritten Preisklasse sind die Rollerface RF Sport. Passend für Skateschuhe, extra gepolstertes Futter für überlegenen Komfort im Stiefel und euren Knöchel einschließlich eines Dreifachverschlusssystems. Harte Schale, hohe Manschetten, Netzriemen und Schnürungen bieten bessere Unterstützung, Genauigkeit und einen Winkeleffekt beim Skaten. Robuster Aluminiumrahmen, langlebiger und statischer Rahmen aus Druckguss-Aluminium für bessere Widerständsfähigkeit auf jeder Oberfläche. Der Rahmen ist so konstruiert, dass er mit dem 4x84 mm großen Rädern einen niedrigen Schwerpunkt und Stabilität der Geschwindigkeit bietet. Die RF Sport Black haben ein 84 mm großes PU-Räder mit 82a-Härte, hergestellt aus einer Orethean-Formel für ultimative reibungslose und leichte Fahrt. Jeder Skater wird weniger Vibrationen und eine ultimative Geschwindigkeitsregelung erheben, da die Räder von ABC 7-Carbon-Schallträgern unterstützt werden. Erhaltet eine schlanke Nylonschultertasche im Lieferumfang und eure Skates könnt ihr damit überall mit hinnehmen. Sagt euch dieses Produkt zu? Weitere Details findet ihr im dritten Link der Videobeschreibung. Das war dann auch unser Vorstellungsvideo zum Thema Inlineskates. Wir freuen uns über eure Fragen und Anmerkungen in den Kommentaren des Videos. Falls wir euch weiterhelfen konnten und euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.